so wir verbinden uns mit dem sicherheitssystem einer von ihnen muss während wir unsere software auf die feuerung loslassen die übertragungsreichweite zum netzwerk zugang sein dauert etwa eine minute probieren wir es nochmal so weil sehr viel was ich jetzt kaputt machen müsste um überhaupt in der hoffnung dass es einigermaßen so funktioniert ja interessant dass du da welche hast bei dir ach so guckst aus dem fenster darauf das darf und wo wir kommen soll eigentlich ja ja an sich ist es schlauer die einfach ewig auf kraft zu halten dann kommen wir keine neue ja gut stimmt ja ja wie lange brauchen die regeneration wir haben zeit wenn ihr was wollt dann kommt ich hab ihn was wo bei dir drinne ja ich ja klar warte kommt bei mir die tür rein ich hab mal im mobilen mp gehauen irgendwo hinter mir also das sind wieder die typen also sind die von da auch es ist keine drüben mehr schlecht als recht ausgestattet aber er ist tot hier umgefallen ist es egal aber es ist mittlerweile relativ dunkel ja gut durch die mp hält die männer mit der kiste haben bei kopf nicht erreicht sie hängen auf dem übergang im ersten stock feste das hauptgebäude mit dem nebengebäude der botschaft verbindet jetzt oder nie sichern sie die kiste alles klar da darf ich mich fallen lassen ich hätte ganz gerne man eine andere waffe aber kann man ich habe 1200 punkte dann würde ich ganz gerne ich habe 2300 ganz gerne mal eine pistol upgrade auf gleichweite so einmal sogar einmal komplett upgraden ich weiß nicht ob du welche habe ich hast du hast ich habe die linke du hast die upgrade aber genau ich kann ich ganz gerne mitnehmen so denn ist okay dann kann man den hoffentlich ein bisschen wissen ja wissen wissen wollen ein bisschen besser hier agieren so die leser so so der brechen zack sind wir jetzt aufgespittet wir haben gerade ein telefonat von beikow abgehört er hat sich entschlossen die ware zu vernichten seine männer sind gerade dabei Termitladungen daran anzupassen so irgendwo ist glaube ich ein sniper bist wohl zu feige um richtig zu kämpfen ich bin nicht zu feige ich habe keinen bock mich irgendwie großartig grad anlack die da mit euch anzulegen die ja super wie geil wer hat mich denn gesehen das ist jetzt so die riesengroße Frage also ich kann grad nicht hin zu unterstützen Warum war der dann so schnell da? Kannst du irgendwie weiter nach vorne? Ne, jetzt ist er hinter mir, jetzt ist er hinter mir, du. Ja, genau, schieß. Ja. Schnellen, runter, ja, du schießt dich. Ja, gut, ist egal, ach so, du hattest noch ein paar Sekunden, man müsstest du da hochklettern können. Was denkst du, ich habe mich hier gekriegt, oder komm, geh mir zur Hilfe, so sind sie. Ei, 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 danke. Also, das wird der Conviction, wollte auch jetzt mit dem, oder haben sie halt so, die wollten halt auf den Zug aufbringen, wie mit einem Army of Tour und so was, aber ein Army of Tour ist halt ein richtiges Koop-Spiel und das ist natürlich die Steuerungstechnischen scheißen müssen. Geiler. Aber das heißt, geiler ist jetzt doch nicht so krass anders. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied, Pistol gehabt, easy going, muss man dazu sagen. Oh, man, direkt vor mir, wo kommt er her? Hallo. Als ob der nicht stehren möchte. Das ist deine Falle. Der ist aber die anstreben. Okay. Eiskalt, einfach mal durchgezogen. Eiskalt. Eiskalt, baby. Da muss man nachladen. Ja, haltet euch für schlau, was? Ihr habt das mit großem zu tun. Oh. Ja, moin, wo kommst du hin? Ich hab keine Ahnung von wo ich schon, oh man, ey, ich bin gerade nur am liegen, Mann. Oh. Oh. Oh, nachladen. Ah, ich bin tot. Also tot, tot. Wieso das? Weil zwei Leute mich angeguckt haben noch. Wieso gucken die dich an? Weil ich den einen erschossen hab. Ja, wieso? Ja, warum denn nicht, ist die Frage. Ja, weil das... So. Ehh, ich dachte wir spielen Stealth. Spiel. Verarscht wurde ich auf ganzer Linie. Verarscht. Da guckst du, Stealth-Spiel. Ja, toll. Wir haben gesehen, dass da keiner ist. Ja. Super. Mensch. Setzen Sie Ihre Sichtgeräte ein, um die Laser zu outen. Wenn Sie über Ihre Headsets einen Ton hören, sind Sie zu nah dran. So, Tag. Wui, wui, wui. Was hab ich jetzt gemacht? Wir haben gerade ein Telefonat von Weikhoff abgehört. Er hat sich entschlossen, die Ware zu vernichten. Ne. Ich bin meine Pistole damit. Nur keine Panik. Wir sind fast da. Hat er jetzt... Hä? Hat er jetzt nicht alles gab? Oder ist noch dein Acker? Ja. Okay. Ja. Ich hab ein paar aufgeschaltet. Wer denn? Wer denn? Wer denn? Wer denn? Wer denn? Wer denn? Da steckt der Kern. Hey! Hab ich getroffen? Nein, war es nicht getroffen. Du hast mich noch nicht mal gesehen. Junge. Aber man muss schon sagen, dass das Upgrade sich echt ein bisschen gelohnt hat. Links, glaube ich, von dir stand neune. Ne, okay. Never mind. Normalerweise wäre der denn hinter dir gewesen. Ja. Gott. Kontakt bei der Treppe. Hallo. Als ob. Ey, man braucht halt Achtzuschuss um die Typen da aufzuschalten. Was denn los? Wow. Legenden. Ja. Jetzt sind sie tot tot. Ja. Ja. Weil ich jetzt auch mal so cool sein wollte und schäfen wollte. Ja. Hm. Jetzt ist das wieder nicht recht. Doch. Gut. Mach auf. Mach weg. Sag. Mach weg. Mach weg. Er hat sich entschlossen, die Ware zu vernichten. Seine Männer sind gerade dabei, Terminatoren. Steht der Typ halt hier. Nur keine Panik. Wir sind fast da. Nur ein Kofi kommt an Sicherheit. Oh. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hätte dich fast gesehen. Höhlich. Ich hab schon eine Behauptung. Ich bin so ein Guder. Hinter dir. Hinter dir. Höh. Links gucken, rechts gucken. Aber nur nicht nach hinten. Yeah. Dahinten. Was machst du denn? Ich hab schon mal gesagt. Höh. Ich hab schon mal gesagt. Wie hab schon so gehen. Wie hab schon mal gesagt. er hat die nicht gehauen da musste zu hauen habe ich doch nicht doch ich habe die hauen bei kontrolle ich habe die b-taste gekauft doch habe ich nicht ja ja wie oft ist was man schaffen hier weiter zu kommen interessanterweise ist interessanterweise ist immer der erste versuch der beste bis jetzt wir haben gerade ein telefonat von beikhoff abgehört er hat sich entschlossen die ware zu vernichten seine männer sind gerade dabei termitladungen daran anzubringen nur keine panik sind fast da auch ausgeknipst weil es ist auch alles so hell hier ich denke ja beide wo sie da hinten noch soll es auch dort müsste noch eine links von dir wahrscheinlich wir sitzen mich doch hochgesprungen jawohl hatte ich konnte hoch das könnte es vielleicht ein bisschen bisschen vielleicht vereinfachen